Glück auf! Du möchtest gerne Fischerkönig werden, weißt aber nicht so genau wie das funktioniert und was das ist und überhaupt, dann bist du hier genau richtig. Fischerkönig ist das neue Spiel, was ich mir ausgedacht habe für die Livestreams auf Twitch und jeder kann daran teilnehmen, der dabei ist beim Livestream und zuschaut. Du kannst nämlich einen Clipper stellen von dem Stream und damit Fischerkönig werden. Wie erstellt man ein Clip? Da gehen wir jetzt als erstes drauf ein. Das ist nämlich ganz einfach. Du gehst einfach auf den Stream. Ich gehe jetzt hier mal rüber auf den linken Bildschirm und lasse mal hier einen alten Stream von mir laufen. So ist das ja dann beim Stream auch. Das Bild läuft und alles und du gehst einfach mit der Maus, mit dem Mauszeiger, den siehst du ja hier, siehst du den? Den siehst du jetzt gerade gar nicht, ne? Doch, da ist besser. Mit dem Mauszeiger gehst du einfach hier unten auf die untere Zeile und da erscheint dann so eine Filmklappe. Ganz unten rechts siehst du jetzt gerade die Filmklappe. Dann drückst du auf diese Filmklappe oder du berückst Alt und X, wie es da auch steht. Das heißt, du guckst hier den Stream und siehst irgendwann eine lustige Szene. Das ist jetzt natürlich nicht gerade lustig, aber du siehst irgendwann eine lustige Szene und sagst dann, da war ein Clip von. Dann drückst du hier auf die Filmklappe. Dann geht ein neuer Bildschirm auf, ein neues Tab wahrscheinlich bei dir auch. Und du hast in Ratei werden wir gesucht. Ich mach mal den Ton aus. Du hast dann hier die letzte Szene. Du kannst dann hier bis zu 60 Sekunden zurückgehen und kannst dir die Szene aussuchen. Kannst sie so ein bisschen zurechtschneiden. Kannst du dir auch noch mal anschauen, den Bereich, den du jetzt sozusagen hier mit dem blauen Regler markiert hast. Ich würde mal einen möglichst kurzen Clip machen, damit das schön knackig ist und genau nur die Szene, die lustig ist oder die interessant ist, in dem Clip zu sehen ist. Und dann gibst du hier noch einen Titel ein, zum Beispiel hier Opa verwirrt im Wald und schreibst vielleicht noch in Klammern deinen Namen dahinter. Das wäre jetzt in dem Fall ich. Da müsste natürlich dann dein Name rein, ist ganz klar. Und dann gehst du hier auf veröffentlichen und würdest jetzt einen Clip erstellen. So, das ist das eine. Das ist das eine. Ich mach hier mal einen Ton weg, damit wir nicht die ganze Zeit Ton von mir doppelt haben. Das wäre ja ziemlich albern. Dann hast du einen Clip erstellt. Ich sehe dann, so und so hat einen Clip erstellt und dann bist du schon im Wettbewerb. Du darfst nur einen Clip pro Stream erstellen. Das heißt, überleg dir ganz genau, wann du diesen Clip erstellst. Ja, denn ich würde immer nur den letzten beziehungsweise den einen Clip von dir nehmen. Das mit dem einen Clip mussten wir machen, weil so viele Clips erstellt wurden und wir dann so viel Zeit benötigt haben am Ende des Streams, um alle Clips durchzuschauen. Deshalb haben wir nur einen Clip gemacht. Aber ja, einen Clip im Stream, da hat jeder die gleiche Chance. Wenn du deinen Clip erstellt hast, sozusagen und später kommt noch was Lustiges. Entschuldigung, kleine Huster. Schneide ich natürlich hinterher raus. Hinterher kommt noch was Lustiges. Ja, hast du Pech gehabt. Aber wenn in der Mitte was Lustiges kommt und du machst keinen Clip davon, weil du denkst, kommt vielleicht noch was, dann kann natürlich später gar nichts mehr passieren und du hast Pech gehabt. Ja, ist aber nur ein Spiel, ist nur ein kleiner Wettbewerb. Du kannst am Ende, kannst du hier auf die Fischerkönigswand kommen. Na, dann bist du hier zum Beispiel der neue Fischerkönig momentan, ist Fax 38, äh 83, Entschuldigung. Und hier wird das Spiel ausgetragen. Es gibt eine Abstimmung am Ende und 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 und. Also, wichtigsten Regeln. Erstelle einen Clip, einen Clip, nur einen Clip und benenne ihn. Also schreib einen Titel, wie ich das eben gemacht habe, Opa verwirrt im Wald. Damit wir den wiederfinden unter den Clips, die erstellt wurden. Und vielleicht noch, wenn du willst, ist optional deinen Namen in die Klammer dahinter. Äh, dann freue ich mich sehr. Das ist Clipfischen. Das ist der Fischerkönig. Und ich habe mir das so ausgedacht. Und ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Ich glaube, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber hey, du wolltest doch eigentlich den Stream schauen. Also jetzt zurück zum Stream. Oder wenn du das jetzt auf YouTube geschaut hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Stream einschaltest. Einfach mal auf Twitch gehen. Und da werde ich dann irgendwann online sein. Ähm, ja, relativ häufig momentan. Ja, ich freue mich auf dich und sage bis bald. Dein Opa Ceron.